Stefan hält spradisch seine Bumpe fest. Sehr gut. Wir starten in 5, 4, 3 und so weiter. So, ich hab was Einfaches genommen. Ich auch. Fertig. So, 6 und 7. Ich hab David bekommen. Bitte was? Äh, warum wird jetzt einer bei mir? Scheine ich ans Telefon gehen, ey, Mann. Kann ich auszeichnen. Scheine ist der Lotto, die wollen dir Geld geben. So, dann so. Gott. Habt ihr euch ein Thema ausgesucht, ey. Ich hab dich. Was ist das? Ist das ein Meisterwerk hier, was ich getan hab? Ich bin fix fertig. Oh, fertig drücken. Das vergessen. Ähm, wer geht die Zeit noch? Du willst die Replication. Z-Z-Z. Okay. What the fuck? Wer ist das Replication? Ja, du musst, du musst das nachmalen. Was muss man jetzt, was ist denn das für eine neue Funktion? Ich hab einfach... Gabi vorhin hatte ein Update, wie gesagt. Ja, moin. Du musst das genauso nachmalen? Nachmalen heißt nachmalen. Du musst das wieder, du musst das quasi genau gleichmalen. Okay, kriechen. Aha. Oh mein Gott. Oh, lol. Die Zeit läuft schon, wenn man fertig ist. Ja! Ich guck mal ganz alte Bilder an und denk, wann geht's denn weiter? Ja, moin. Äh. Also, ich kann... Ich hätte... Aber ich würde Replication gerade einfach. Also, einfacher. Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht sagen können, was da einer gemalt hat. Ich hoffe, ich mei das Ding richtig. Ich hoffe, dass... Ich glaube, ich hatte das Richtige im Sinn, was ich gesehen habe. Okay. Jetzt raten oder malen? Oh Gott, nochmal... Oh Gott, nochmal! Oh, Mann, nochmal! Alter! Was haben die mit dem Replication? Replication ist fies. Ich glaube, dass... Können wir nicht lieber den Text haben? Ich glaube, ich jetzt nur noch, oder kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Scheiße, was soll ich machen? Oh, fuck. Mann, gar nicht auf die Pfone. Stell deine eigene... Mach deine eigene Einstellung, aber wir machen tropsen, was wir wollen. So, okay. Jetzt hab ich für die Hälfte alles aufgebracht. Ja, gut. Jetzt noch ein... Jetzt noch ein Speed-Up. Ich hab keine Ahnung, was wir das da will. Ich hab's wieder geschafft, ey. Fertig. Stolz. Oh Mann, nochmal replizieren. Ne, der Modus. Eigene Einstellungen sind doof. Hm. Aber wieder fertig. Das ist wieder für den Spiegel. Alter, meine Striche enthängen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Okay. Auf dem Bild ist alles besch... Hat man einfach alles geschrieben. Aber ich weiß, schlicht trotzdem nicht. Ist das deutsch? Ist das überhaupt deutsch? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab was gemacht, aber ich hab keine Ahnung, ob der Ding vertreten. Ich bin auch total... Okay. Das ist das Einzige, was ich auf dem Bild gesehen habe. So, Finale. Das ist einfach so. Das sind drei Jungen, bitte, danke. Mein Essen steht hier. Komm, bitte einfach jetzt mal beschreiben, was man sieht. Meine Familie ist nämlich so freundlich... Ja! Ja! Äh... Ich darf mal schreiben! Wann ist das denn? Man ist schon sofort... Du kriegst es nicht mehr. Okay. Ich war noch nicht fertig mit dem Schreiben. Nein! Svenni hat's verkackt. Mir fehlt ein Wort. Ein Wort fehlt mir nur. Svenni hat's verkackt. Guten Tag. Moin. Okay. Also das ist halt ein Update vom Gravig-Fund. Damit hab ich selbst nicht gerechnet. Als nächsteres machen wir wieder nochmal. Danke. 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 Aber hey, war auch immer cool. So. Telefon klingelt, aber man nimmt Banane ans Ohr. Ah, okay. Das ist was ich für Banane... Das hab ich ja vorbeigemacht. Muss ich sagen. Das ist nice. Alter, das ist geil. Das ist nice. Ah, gut. Bitte nicht haten. Nicht haten. Da hab ich nämlich gekriegt. Danke. Danke, das ist noch schön, ja. Das ist noch echt schön. Bla, bla, finde ich aber auch nice. Heimel, ne Wiener, weil du direkt auf ein paar Mal. Okay, next step. Ja, aber das geht doch auch noch. Ja, ich bin auch nicht durchgekommen. Ja, ich wollte das machen, aber da geht's dann alles noch. Ja? Bist du erst noch in Ordnung? Die Banane wird größer. Ich hab mich an der Banane orientiert. Ich wollte den noch ein bisschen schöner machen, aber dann, ja. Realistischer Kunden-Service. Also, ich glaub, ist tatsächlich bei dem Format gar nicht so schwierig. Ja. Wobei's kommt. Ja, wollen wir schauen, ja. Mal schauen. Man mit Bart kuschelt mit Batman. Kuschelt ist das. Ich hab geschlagen. Mal schlagen oder sowas. Dacht ich oder sowas. Schlägt sich mit Batman, hab ich glaubt. Ja, aber das ist das. Ich bin zu klein. Ich bin zu klein. Irgendwie. Sehr gut, den Platz ausgenutzt. Bestimmt, der Cape, den hab ich vergessen. Ich hab da nur eine Karte gekriegt. Ich hab den Cape vergessen. Das Witzige ist, bei mir ist nicht einer jetzt rausgekommen. Ach, du Heidiger. Und wir sind zum Horrorfilm gekommen. Ja, genau, das hab ich gelacht. Wie ist halt ein Zauberer bei rumgekommen? Das war ich für mich auch. Aber da dachte ich mir schon, okay, jetzt rechts muss der Batman sein. Also hab ich ihn direkt erst mal verbessert. Also so ein bisschen. Ja, nein. So ein bisschen Moe wieder frei gemacht. Batman tanzt. Batman bekommt letztendens Zauber ab. Au. Sehr recht. Bin mal ins Batman angekommen. Wenn man so kacke anfängt wie ich, dann kann das einfach eskalieren. Das stimmt. Ach stimmt, ich hab den Bart vergessen. Wollte ich gerade sagen, der zum letzten Mal hat er seine Bart herausgekommen. Da hat er die Nahrrasur gemacht bei Pahl. Sven gibt's dem Staat 100 Euro. Ich hab erstmal versucht, das... Oh, ein Star hat das eingefalkt. Was ist da dann drüber? Ich wollte einen Baum malen, das hat eigentlich nicht mehr gepasst. Ich hab unser Gesicht rausgebracht. Das ist der Weg, dass es Big Prater soll das sein. Das soll Big Prater sein. Das soll ein Fisch sein. Das nächste wird schon hervorragend. Das hab ich, glaub ich, von dir bekommen. Jetzt genau. Ich hab mich nicht mehr ganz klar erinnert, wie es oben aussah. Aber ich hab's versucht zu replizieren. Das Geld ist dann einfach komplett flöten gegangen, oder? Ich hab's vercheckt. Ich hab's total verkackt. Ich hab's total verkackt. Aus dem Donut und Kaffee wurden mir Kamera. Zu Schraining, ich hab's total grip. Was? Das ist total geil geil. Der ist toll geil... Ich hab's total geil geil. 2 dicke Männer jodeln Der ist gut, ja Kurze Hintergrund-Story zu der Geschichte Sven ist vor kurzem geblitzt worden Das ist belastig Oh Gott, ey, ist das gut, ey Oh Mann Und direkt widerlegt, es kommt nicht unbedingt an Zwei dicke Männer jodeln im Pokal Oh Mann Zero benutzt sein Gies gegen Schneezel Ach, geh ab Ich hab's halt einfach nachgemacht Ich hab's halt einfach nachgemacht Ah, Schneize, ich hab Schwänze gelesen, nein Nein Ich dachte auch eigentlich, dass... Gessel, was ist ein Gessel? Ich hab dich aufgeschlagen Ja, man freut sich von dir Das war in meinem Hirn noch Das hab ich bekommen Genau Und dann schreibt Gessel Und dann soll ich den roten Und da hab ich Schwänze draus gemacht Hab ich mir falsch gemerkt Entschuldigung Und ich hab mich gefragt, was ist ein Gessel? Ich war so voll passiert Ja, ich hab's auch nicht Ich hab's nicht verstanden Ich weiß nicht, was Gessel ist Jeder von einem Schreiben Gessel Ich hab's nicht verstanden Ich wusste nicht, was wir von mir wollen Darum in der Franks Was? Ich hab das als Zero Two Von Zero Two hat der Aura in meinem Chat auch irgendwas gesagt Ich fand, ist ein Zero Two schon was? Ich hab auch keine Ahnung Ähm, Darlin und Franks ist ein Anime Und da gibt's einen Charakter, der heißt Zero Two Okay Ich wusste nicht, wie ich das besser machen soll Ich hatte einfach die Hoffnung, dass jemand ihn erst retten kann Jeder fing auch anzuschreiben Ich weiß nicht, was dann ist Ich weiß nicht, was dann ist Aber sonst Oh mein Gott Ah, ich hab's erkannt Bitte was? Geil Im Nackenruhe, da hab ich mich verschrieben Ich hab's verkackt Ich hab's verkackt Ich hab's verkackt Ich, da hab ich Tanzt im Nacktenbald, oh Mann Nein Was? Ich hatte keine Zeit mehr Oh, das wurde aber dann Ich wollt grad sagen Ja, ne, bei mir wird's, bei mir wird's wieder Scheiße Ich, ich hab, ich hab aber gedacht, dass es bei Homer Simpson ein gelbes Gesicht hat, gereicht Das ist nicht schlecht, ey Oh, ein Trepp Das ist einfach ein Trepp Das ist einfach ein Trepp Aber ey Gleich Das ist gleich Wir haben ja auch gemalt Ja, repetitieren sehr gut Danke, danke Komm, Schwänze Naja Die Nase wird immer extremer, alles klar Die hab ich noch in den letzten Sekunden eingeklackt Typ mit Langer steht vor zwei Bäumen Mit Langer Ich hab das Nase vergessen Achso Fängt schon mit Rechtschreibfehler an, also hört es auch mit Rechtschreibfehler auf Passt doch Also ist angekommen Ich hab so einen schlechten Homer Simpson in meinem Leben gesehen Jetzt bin ich gespannt Der Punisher erschießt eine Giraffe Ah, der Punisher war ich Also den hab ich nicht mehr gesehen Hey, die Giraffe wird geschossen, okay? Das reicht Aber wo ist der Schädel? Das stimmt, der Schädel ist mir Es gab nicht mehr dazu Er futtert Asiatisch Ich weiß, hat er jetzt die Käppi gekocht? Und das war die nicht Das ist der Schädel Das ist immer besser, pass auf Ich hab mit dem Cowboy mit dem Mittelfinger, ey Der, der mit der Giraffe tanzt Die Pistole ist so geil Ey, warte ab Das ist die rechte Winkelpistole Es kam so, dass die Giraffe an Ein Cowboy schießt auf eine Bier Da hatte ich keine Zeit Ja, aber ey Überhin, dann schießt die Giraffe kam nicht Punisher, Cowboy Fast Dafür, dass er kurz asiatisch war Das waren so böse Augen Jetzt bin ich gespannt Ein Einhorn macht einen Führerschein Oh, das war so schwer, ey Das war so schwer, Alter Ich hab's vom Glück verkackt gleich am Anfang Das ist aber auch ganz cool Ich hab gesagt Ich kann nicht malen Aber ey, das ist noch sehr ähnlich Das ist schon schwierig Ich wollte schon sagen, das Einhorn kam nicht mehr Wo ist das Einhorn hin, Alter? Das ist einfach, schau Ist das Auto von der Seite oder von oben? Ich weiß, ich weiß Ich weiß nicht, ob ich ja auchley Okay Ey, jetzt hat er ein Kotflügel bekommen Ja, ich hab ein bisschen Mühe gegenüber dem Auto Ich dachte, was war das von mir? Was ist das drin? Was ist das drin? Nimm kein Auto Oh mein Gott Das ist ein Space Rover, Junge Roter Typ in Grünem Out. Ja wie recht? Ich dachte erst.. Ja wie recht? Recht? Recht sein für ein Kanonbruch oder sonst was ne? Ich dachte das ist doch ein Panzer. Oh Mann. Quicida ist mein Bruder. Okay. Normal Modus. Normal. Normal. Nein, bleiben wir. Eieieieiei. Gleich starten? Von mir aus? Ja. Okay, dann nehmen wir los. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So. Ja, wenn wir gerade sind, fangen wir jetzt mit Zeichnen an. Warum reden nur so wenige? Ja, damit ist es ja noch Halbzeit. Alles gut. Es ist in der Zeit nicht ein wahrscheinliches Ohr. Nee, das hast du nicht. Ist er zu viel verlangt, was ich machen will? Ich glaube schon. Aber hey, probieren wir es. Okay, das sieht schon mal besser aus. Mit beschreiben. Okay. Hä? Ich verstehe es nicht. Äh... Ich auch nicht. Was? Das eine Ding war... Was? Ey, ich habe gerade mit dem, ey. Es tut mir leid. Die Runde ist so endend. Ich denke einfach mal, dass einer Klosby nicht richtig schreiben kann. Ey, es tut mir leid. Oh, ich mache da. Das mache ich nochmal. Hier so. Oha. Was ist das? Was? Was? Hm. Gut, dass ich das nicht malen musste. Das will ich nicht zeichnen. Das Thema hatte ich ja schon im Kopf. Oha. 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 Schnell mit dem Farb einmal weg. Ey. Jetzt lass ruhig nichts. Mach ich auch nie weg. Ich mach es nicht weg, weil es mir war. Ich mach es nicht weg, weil es mir war. Aber warum ist Stealth einfach getrunken? Pfff. Frag. Überfragen. Warum liegt dir Struck? Warum hast du keine auf? Ist das die neue Variante? Warum hast du keine auf? Hm. Corona Edition. Ich hab keine Maske. Ich zeig mich noch nicht. Äh. Wie schreibt man das? Alter. Die. So weit weiß ich. Alter Bruder. Ich hab keine Ahnung. Ne Quatsch. So weit. Ich hatte gerade noch ein Telefonat nebenbei. Hoi Junge. Alter. Moin. Moin. Hi. Let's go. Oh. Die kann ich mir denken. Oh. Das war nicht schlechter gezeichnet. Oh man. Das war nicht schlechter. Oh oh oh. Deins schlechter. Kannst du bitte mal kurz erklären? Ja. Ich dachte mir Shining. Shining und Pall oder wie? Ja genau. Ich dachte mir erst so Shining will, äh hier. Pall will einfach Shining boxen. Und dann hab ich einfach noch ein Boxering drum gemacht. Ich dachte ungefähr glaub ich ein ähnliches Thema genommen. Warte. Äh. Ich hab später auch ein ähnliches gesehen. Ist natürlich für Krise jetzt belastet, weil er Shining nicht kennt. Streamer. Der hier in der Lobby ist mit Ess. Aber gut gerettet. An sich gut gerettet. Ja. Ess. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Oh mein Gott. Den Betrokene gegen Eiswenn. Oh mein Gott. Herr versus Sven. Ja. Okay. Schade. Fahre. Fifty fifty. Ja wie in dem blonden Haar. Dacht ich so. Fifty fifty. Ich wusste es halt nicht. Bin es. Es ist es ne. Gibt's hier paar. Also klar sind es unbefüglich. Ihr wisst alle nicht wie ich aussehe. Ich kenn die davon. Ich kenn die davon. Wollte ich gerade sagen. Youtube fällt ne halt. Das muss er ja sein. Hey. Fahre kommt mit Bierflasche an. Ich find Sven's Bart aber auch cool. So Capshop Senf weißt du so. Ja. Das hat mich voll verwirrt. Ich mein vorhin war ein Bild drin mit rotem Bart. Und dann dachte ich mir aber einen Moment. Der ist so eigentlich blond. Aber ich hab nen rötlichen Bart. Tatsächlich. Hast du doch nen rötlichen Bart. Typ der besoffen ist versus Iron Man. Okay. Weg. Na was für Hände. Sven ist Iron Man. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Geh Sven. Geh. Deine. Ich hab die Rüstung nicht ganz fertig. Ich hab Piss. Also ich hab mir gedacht dass das Iron Man sein könnte. Aber. Gut meiner ist nicht für letzter nachher. Das ist jetzt ganz abgefuckt von mir. Das ist jetzt komplett was anderes. Holy fuck. Fall ist es jetzt ein betrunkenes Baby. Was wenn es jetzt ein Teletubby Iron Man. Ja. Da wird von Flammenmann verhext. Du kommst nicht auf Athena. Weil das Schild. Keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung was das Ding sein sollte. Ja aber. Was hält der da in der Hand. Eine Flasche. Eindeutig. Sven. Wenn Feining Formen nutzt. Hör auf. Mit Formen. Genau. Vor allem. Scheinen gegen sich da oben noch. Ich bin doch nochmal verkreis. Hehehe. Sehr gut. Du bist ja gut. Ich bin still. Sven. Bitte erklär. Also ich weiß nur das. Eine Banane könnte man noch zeichnen. Ja hab ich vergessen. Ne das. Ich hab eigentlich an so einen Affen gedacht. Der diese hier. Wie heißt die. Ah wie Homer so immer denkt an dieses. Okay. Ah mit dem Klatschen. Ja. Das war ein. Das war ein. Das war ein. Ja. Und der Typ unten war für nur ein Typ der dran denkt. Genau. Doli denkt an Affen mit nicen Bananen. Ja an nicen Bananen. Das hab ich dann auch bekommen. Ja. 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 Ja für die Re... Ja Bananen. Da hab ich mir im Tutorial angeguckt wie das geht mit Bananen. Ja Bananen zeichnen. Typ denkt an einen Affen mit zwei Bananen. Ja. Guter Weg bis hin. Ja. Das ist nice. Das ist ganz cool. Das ist nice. Das ist ganz cool. Das ist nice. Der Typ denkt an Affen. Ah. Das sind die Bananen. Ah. Ah. Ich kam aber auch nicht bei Affen auf Banane. Das war ganz doof ey. Ah das kam bei mir an. Okay. Ja ey. Das hab ich mir auch gedacht. Deshalb hab ich noch ein paar Äste gemeint. Das ist auch nicht. Ach komm ey. Von Affen hat das nicht. Ich hab's versucht. Ich wusste nicht mehr wie ein Affe aussah. Aber hey. Meins wird noch geiler. Besser kann es noch wie gehen. Oh my god. Ich muss halt. Ähm. Zu spät. Wie ihr die abgezeichnet habt. Ey. Man hat's echt gut erkannt ey. Aber das ist halt. Kurze Information. Ich hatte nebenbei eine Kunde nach Teleport. Nice. Und da hast du auch gedacht. Ich bin das einfach Parfum. Aber jetzt hab ich auf jeden Fall eine Idee mit einem Iron Man besser malt. Jawoll Alter. Ohhhh. Das hab ich aber auch. Ohhhh. Was kommen sie ja heute? Das kam ich jetzt. Das hab ich gesehen. Das ist ja riesig. Das ist ja riesig. Das ist ja riesig. Das ist ja riesig. Übel hart. Ja. Ja. Das ist mega nice. Iron Man versus Thor. Ja. Und Iron Man. Ja. Ja. Das hab ich bekommen. Ja. Ja. Das ist ja riesig. Das ist ja riesig. Das ist ja riesig. Das ist ja riesig. Ja. Ich hab die Position verkackt. Ja. Nein. Tor auf den Kopf. Ja. Widerhole gerade auch. Was? 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 Du bist du gar nicht. Ich hab... Alter, guck dir das Bild an. Ich seh dich da mit den blonden Haaren. Ich hab null Ahnung, wie Iron Man aussieht, ne? Ah, verdammt Iron Man. Schreib mal auch zusammen. Ich wusste es nicht mehr genau. Das guckt ja keine Anime. Da weißt du nicht, wie Iron Man aussieht. Man, ja. Ich guck auch keine Super-Ellen-Sachen. Und Anime guck ich. Aber nicht so komische. Ich guck halt die Mainstream-Sachen. Hä? Code Gears ist super Mainstream. Ja, da bist du dann dran. Doch. Voll Mainstream. Das wird schon zu... Das wird schon zu Weed-mäßig. So wie Sonder Online oder so. Ja gut, das hab ich ja auch nicht geguckt. Alter, ich hab jetzt gegen SAO, ja? So, jetzt komm ich gleich vorbei. Okay, ich weiß, woher das hier geht. Okay. Okay. Wie findet Channing doof, weil er in Gartetschlee. Hehehehe. Gartetschlee. Schlee. 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 Was? Das hab ich bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das zu Ende geschrieben habe. Es kann sein, dass ich das nicht... Das Anime doof ist. Ah. Okay. Ich weiß nicht, wie du meinen Job ausprobieren hast. Stefan hält spradisch seine Bumpe fest. Hehehehe. 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 Sehr gut. Hehehehe. 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 Geil, da hab ich die seckende Nase. Gesichtsausbrüche. Hehehehe. Hehehehe. Ganz selten gucke ich mal Anime. Wer findet Anime Kacke? Hehehehe. Kacke. Hehehehe. Er meinsch ja nicht. Ich muss halt in der Stimmung sein für Anime und wenn brauche ich da eigentlich irgendwelche brutalen? Ah, sehr geil. Wie bist du auf Anime gekommen? Ich wäre selber nicht auf Anime gekommen bei dem Bild. He, Hadouken oder? Hehehehe. Für mich sah das auch sich an Anime haben. Da wollte ich erst so einen Dragon Ball schreiben. Sollte es sein. Okay. Das sollte ein Hadouken sein? Ich bin begeistert. Hadouken ist eigentlich die Kugel, glaube ich. Ja. Aber guck mal, da sind diese gelben Haare von denen. Ich wollt grad sagen, das hat er aus dem Videospiel. Hehehehe. Ja, aber die Unwissenden verbinden das doch mit Anime, oder? Hehehehe. Hehehehe. Da muss ich aber los, doch. Hehehehe. 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 Okay, das kam nicht durch. Hehehehe. Das kam nicht durch. Taami, die schlug. Ich war der Nernste davon, dass es liegt bei g algorithm- Aber ich tue es beiılziviert. Ich entschuldige mich viel man- Hehehehe. Chaos Chaos! Warum haben die den Arme? Warum haben die den Arme, Mann? Warum haben die... Wir haben einfach verlossen, so lang wie der ganze Kopf so groß ist. Blau war festgelegte Figuren. Blau war... Ach, okay. Schub dir leicht, schub dir leicht. Ich krieg langsam den roten Faden. Oh Leute, okay. Ich hatte leider keine Zeit mehr für den Baal. Wenn das die Minions... Ja, hey. Ich hatte dasselbe Problem mit dem Baal. So, jetzt kommt die Jungen zu meinen Zuschauern reden. Ah, herrlich. Jetzt kommt's. Dann ist doch der Topio. Wir werden von Hai gefressen. Von Hai, okay. Ah, sehr gut. Nice. Oh, quasi angekommen. Ja, Pizzor zu Minions, ne? Guten Appetit. Schatz, du hast mir die Zeit um mir das Zeug auszudenken. Okay, jetzt richtig gespannt. Boah, das hatte ich, ey. Ich weiß nicht, ob ich es auch richtig erfunden hatte. Ah, ich weiß, was hätte ich für. Okay. Ja. 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 Das war genau das, was ich mir dachte. Ich weiß auch, wo es sind für. Aha. So genau. Alter. Das kam nicht durch. Das kam nicht durch. Entschuldigung. Da kam jetzt was komplett anderes von mir. Bicklerick vom bösen Kees. Bicklerick. Ich hab mein Festes gefahren. Bicklerick. Nice. Da fehlen doch dann die blauen Haaren und der kreiswunde Haar ausfallen. Bicklerick. Gurken und Gesburger ist Kacke. Ja, entschuldige. Aber ich meinte, dass... Das war auch... Bicklerick. 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 Okay. Bicklerick. Ich hab's dann gezogen. Ja, gr 엄마. Matt Donalds Burger ohne Gürtchen. Ja! Nur für Gürkchen! Ja! Abwurz euch! Ich hab die Gürkchenbeste! Ein Schießburger bitte nur mit Gurken! Also ein Burger mit Gurken! Das Bild, das wollte ich nicht zeichnen! Ja, es kam auch anders durch! Ach du Scheiße, da kann ich mich nicht mehr erinnern! Zwei Leute werden von einem Traktor überfahren! Bei mir sollte ein Traktor sein! Es sollte ein Traktor sein! Es tut mir leid, jetzt schon! Es tut mir wirklich leid! Mach nicht! Ich hab mein Bestes getan! Ja, das war auch gut! Oh nein! Traktor-Fahrer überfährt zwei Waisen, Kinder mit Karachos! Das ist aber gemein! Nein! Alter Scheiße! Was ist denn da? Das ist ein Traktor! Das ist kein Traktor! Das ist kein Traktor! Ich hab mich in der Farbe verteilt und es gibt auch gelbe Traktoren! Ja, okay! Mit dem Ding der vorne dran! Ich hab Ja, als Story hierzu, es tut mir sehr leid, ich wollte eigentlich schreiben, Freddy Krüger wird Bundeskanzler, aber ich war dann überfordert, dass ein bisschen was anderes herausgekommen ist. Oh, ich glaub, ich weiß. Ja, nur wegen der Krone, oder was? Das kam trotzdem nicht an. Nee, genau das nicht. Was ist das? Was ist das? Horror-Kelotabi geht jagen. Ah, okay. Es wurde okay. Ja, 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 okay, jetzt weiß ich bescheiden. Ich hab's in dieser Genre gerettet, ja. Oh no. ich habe schon mal erklärt ich muss nicht die selben youtuber gucken und ich wusste schnell schreibe ich hatte gar keine zeit mehr und dann habe ich mich nicht wusste du das popo der rote ist ja nicht popo von jan hegenberg ich war das ist so far from the game what you saying it ain't nothing but heart-wrecking dedication quick complaining look at my life feel my pain when it comes to me you were not the same